Komm, mach auf das Bild hier. Ich sehe nichts. Jetzt sind wir dann hier. Okay. Gut, hindern Sie die Feinde daran, die Firewall zu zerstören, Zugang zu unseren Servern zu erlangen und die Daten auf dem Laptop zu hacken. So, Uli, komm, wir gehen mal nach links hier. Feinde bewegen sich auf die Firewall-Zugangspunkt-Koordinaten zu. Hängen Sie sich rein. Feinde haben die Firewall entschlüsselt. Die Laptop-Koordinaten sind kompromittiert. Beschützen Sie ihn um jeden Preis. Julio, lass uns das Flank hier machen. Ja. 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 Feind am Boden. Bleiben noch drei. Verbündeter am Boden. Noch drei. Verbündeter am Boden. Noch zwei. Feind am Boden. Bleiben noch zwei. Kabel in Richtung lokalisiert. Keiner mehr übrig, außer Ihnen. Dauerst irgendwo da hoch. Scheiße, keine Granaten. Nix mehr hier. Fuck. Oh Mann, ey. Leck mich, ey. Komm, sag mir doch mal was an. Wir sind alle beim Notfall, oder? Ja. Der kommt eigentlich nicht hin. Der kommt eigentlich nicht hin. Der steckt kaum hier. Jetzt muss ich einmal ganz rumlatschen, ey. Fuck. Ja, der kommt hier nach. Alle beide. Ja, lass dir mal nachkommen. Ich bin ja auf der anderen Seite schon hier. Nee, die warte hier oben. Bei, wo sind die, sind die alle beim Notebook, oder wo sind die jetzt? Alle beide in Ostkonstruktion oben. Bei der Bau, Baustelle. Ah. Jetzt kommen sie auf dich zu. Die Treppe runter. Feindlicher Hack entdeckt. Datentransfer unterbrechen und alle Feinde eliminieren. Keine Munition mehr, ey. Leck mich am Arsch, man. Wo ist noch einer? Geradeaus? Na, ich seh'n. Na, ich seh'n. Na, ich seh'n. Der hockt da. Ja, der, der, der kann doch ruhig hocken, weil, äh... Oh nein! Was sagst du denn hocken? Der stand doch da noch, ey. Vorsichtig. Das ist wahrer Heldenmut. Auftrag ausgeführt. Zahlung ist unterwegs. Gute Arbeit. Da kommst du im Dicke. Rückschacht. 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 Rückschacht.